Musik Also wenn auch nicht im Dschungel, sondern in der Bochüter Christuskirche, zumindest jeder zweite hier, sollte wohl diesen Ohrwurm lange nicht mehr loswerden. Aber auch die anderen gingen bestimmt nicht leer aus. Mit ihrem Madly-Swingen durch die Welt zeigten die Regensburger Domspatzen dem Publikum ihr ganzes Repertoire. Mit dem betrunkenen Seemann ging es aber erst später in Städeli hinaus. Die meisten seiner Stücke widmete der wohl älteste Knabenchor der Welt zuvor der Gastgeberin. Neben der Bühne Peperoni war das nämlich die Kirche, die als evangelisches Gotteshaus mit vielen katholischen Gästen wieder einmal die Ökumene lebte. Wollte man den Vergleich zum Fußball bemühen, so müssten die Trikots der Domspatzen vor Sternen nur so leuchten. Wahrhaft weltmeisterlich die Vorstellung der Jungs, die wie nur wenige in ihrem Alter so sehr ihre Leidenschaft leben dürfen. Statt Fußball ist das eben Gesang. Und der führt die jungen Virtuosen durch die ganze Welt. Erst zuletzt noch waren sie auf USA-Reise und jetzt in Bocholt. Ich wollte einfach nur singen. Mir war das eigentlich egal wo, aber es ist jetzt schon toll, dass man da so rumkommt. Und es, ja, das ist schon schön. Also wir gehen halt morgens in die Schule ganz normal und so nachmittags gegen zwei oder drei Uhr haben wir dann die Chorproben und da proben wir dann die ganzen Stücke. Wie ein guter Trainer kennt Domkapellmeister Roland Büchner jenen Einzelnen seiner Schützlinge aus dem FF. Zu einem perfekten Team aber macht er sie erst auf der Bühne. Wir haben täglich eine Stunde Probe und dann lernt man die Kinder und die Stimmen der Kinder natürlich sehr gut kennen und weiß sofort, wo man hinschauen muss, wenn was nicht ganz so toll ist oder wo man hinschauen muss, um zu motivieren und so. Das fällt dem fachkundigen Publikum nicht erst beim Finale auf. Die präzise Gesangoriginalität, stimmenmäßig und so weiter, das ist bewundernswert und das reizt mich immer wieder hinzukommen. Ein super Konzert und ich habe mich gewundert, dass, ob schon wir ganz vorne sitzen, praktisch den Hall der Kirche nicht so mitgekriegt haben. Ja, man fühlte sich Mitglied des Chorus. Das fand ich toll. Also es war eine tolle Atmosphäre in der Kirche und es ist sehr schön singend drin. Also man hat das Gefühl von Weite, von Höhe. Das ist gut für die Stimmen. Dann öffnet man ganz natürlich und dann kommt der Klamm wunderbar zum Tragen. Für diejenigen, die sich gern auf klassische Chormusik einlassen, war dieser Abend ein echtes Geschenk. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.